Vivian Blotzki konnte sich im Laufe der diesjährigen Germany's Next Topmodel-Staffel gegen alle anderen Kandidatinnen durchsetzen. Die Chefjurorin Heidi Klum, 50, führte die Azubine aus Koblenz im großen Live-Finale am 15. Juni zur Siegerin. Aber wie viel Erfolg hat Vivian nach ihrem Castingshow-Triumph eigentlich in den sozialen Medien? Jedenfalls ist die Erstplatzierte in Sachen Social Media nicht die Spitzenreiterin der Staffel.